Ja, guten Morgen, ihr Leute, wie gehts euch und herzlich willkommen, ihr auf YouTube, auf Facebook und Amazon und sieht alle Rater zu Rater. So, jetzt müssen wir mal zu reden über das hier, die Sorge. Ja, letzte Woche ist, ich hatte ein Mitglied, das merkwürdige Bild auf den Rumsgleicher, den Sorge hat er und Facebook. Und ich denke, oh, jetzt kommt die Frage. Ui, ich meine, die und die Sorge Frage. Ja, ähm, Timf oder die? Ja, aber ich glaube nicht. So, jetzt bei euch warum. Ich habe etwas verpasst, kannst du das wiederholen? Also, ich denke, ihr wisst ja, warum. Ich denke, das Sorge ist hier. Ja, aber ich frage euch mal, ihr, du Chef, der, 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 so, no, no. Das, äh, das soll ja besser oder vertiert? Und ich, hinweis. Nee. Die sind, denkst du auch so. Aber ich denke, ja, warum? Äh, ich, ne, mach's passen. Absolut. Aber jetzt, äh, warum, äh, das sind. Ich hab, äh, das, äh, das ist hier. Oder nicht. Das ist die Frage hier. Eine gute Frage. Doch. Und ich will wissen, die weiße Eule da, in, äh, YouTube. Weißt du was? No? Das ist die Frage. Das sie, äh, an Bord. No. Und ich denke, ihr auch. Aber, äh, fragt man euch selbst mal. Was ist das hier? So. Frau hat diese Foto gemacht. Und Beweiszeit. Das war sehr, sehr fettig. Und, nimm mal. 80% sagt, ja, guck mal, ein Bild. Ich guck das an. Ab und zu. Ich hab, äh, schrecklich. Ja. Aber, warum? Ist es ein Ausbau? Ist es ein, äh, ein Fett, die Hulu oder ein Mabel? Echt. Detail. Ich würde sagen. Ich bin. Tink. Voisette. Einheitsoperator oder ein normaler. Detailer. Das weiß ich nicht. Aber ich bin nämlich ganz schön. Vorne. Und jetzt frag ich euch alle Zuschauer. und sieht andere Leute auf, das Ding hier, Freiband Leute, was ihr meint, so, danke Zuhörer, das war's heute, euer Christian.